Hallo Leute, heute mal wieder eine Sondersendung. Und zwar vor zehn Tagen haben wir ein PB-Polizeiauto auf die Reise geschickt zum Klemmbausteinmuseum Frankenstein. Dort ist es mittlerweile angekommen und hat seinen Platz erhalten. Gestiftet wurde es von Thomas A. Haus, einem Zuschauer von unserem Kanal. Überreicht wurde es von Let's Break an das Museum. Leider kann das Museum wegen der Corona-Regeln nicht besucht werden zurzeit. Aber wir weisen darauf hin, dass der Shop weiterhin geöffnet ist und ihr dort Klemmbausteine der verschiedensten Hersteller kaufen könnt. Wer also in der Gegend dort unten um das Frankensteinmuseum wohnt, wenn ihr Steine braucht, kauft sie dort. Ja, das war es dann für heute mit der Sondersendung. Wir sehen uns im nächsten Video.